In den Backen haben wir hier ein wenig Spiegel für Millimeter. Dann aufpassen, sonst kann man ja nicht in den Backen. Schön in den Lüftel. Und hier haben wir die Teile. Dann haben wir die Teile in den Backen. Und dann kann ich das ja endlich zum schönen Bild. Auf die andere Seite. Und hier. Das Lüftel. Und hier noch zu. Und das Ganze. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. So. Und die noch... Innen. Und dann mit den Späckchen. Und die noch. Und die sind dann... Und die haben gepackt. Und die haben gepackt.